Blank 11 Willkür und Widerstand Ein Magazin über die Länder Ungarn, Rumänien und Serbien. Dafür sind wir in den Bus gestiegen, sind losgefahren und angekommen, sind rausgegangen und haben recherchiert. Wir haben Hexen in Rumänien besucht. Haben Künstler und Literaten getroffen. Und haben die Städte und ihr Flair genossen. Gemeinsam mit Dan Perioffschi haben wir Hermannstadt erkundet. Wir haben gefeiert und gelacht, sind ins Theater gegangen. Wir haben uns unter Demonstrierende gemischt. Und haben mit Journalisten über Pressefreiheit gesprochen. Haben selbst Interviews geführt. Haben Street Art festgehalten und rumänischen Sport gemacht. Haben Belgrad erkundet, bei Tag und bei Nacht. Zuhause Köstlichkeiten nachgekocht. Geschichten zu Papier gebracht. Eine Social Media Strategie ausgedacht. Weitergearbeitet bis in die Nacht. An mehreren Tagen bis zum Drucktermin. Schließlich abgeschickt. Um Ihnen heute unser Magazin, das Blank 11, präsentieren zu dürfen.